Servus liebe Kleeblatt-Fans, ihr merkt es, immer wenn ein Spieltag angesetzt ist, dann scheint bei uns der Wolkenausbruch nicht während zu sein. Auch heute regnet es wieder am Morgen, hält uns aber natürlich nicht vom Training ab und Marco Calicciuri, der in den letzten Tagen ein bisschen kurzer treten musste, weil er ein bisschen gekränkelt hat, ist wieder mittendrin im Mannschaftstraining. Nico Gießelmann noch nicht, der hat ja so einen leichten Hexenschuss, da wird es aber auch in den nächsten Tagen wieder mit Training weitergehen. Heute Abend also Testspiel 18 Uhr, da werden wir euch morgen dann wieder die Highlights natürlich präsentieren auf Kleeblatt-TV, aber wir haben noch einen ganz heißen Tipp und der ist ein bisschen weg vom Trainingslager, nämlich ab morgen gibt es die Tageskarten für die ersten vier Heimspiele zu kaufen und deswegen der Tipp an alle, die noch eine Dauerkarte sich kaufen möchten, jetzt zuschlagen, denn ab morgen sind dann die ein oder anderen Plätze belegt von Tageskarten und stehen dementsprechend für den Dauerkartenverkauf nicht mehr zur Verfügung. Wer so noch die freie Auswahl haben möchte, der sollte jetzt zuschlagen. Für alle anderen der Hinweis, ab morgen gibt es Tageskarten, aber erstmal nur im Online-Ticketshop, der freie Kartenverkauf in den Fanshops folgt dann noch. Dazu gibt es dann natürlich auch rechtzeitig wieder alle Infos. Wir wünschen euch jetzt erstmal Grüße vom Weichsee, recht regnerisch, wir hoffen in der Heimat ist es ein bisschen schöner vom Wetter und verabschieden uns. Morgen gibt es dann wieder neue Spielbilder vom Weichsee. Wir wünschen euch jetzt noch ein paar Tage. 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 Vielen Dank.